Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MTA Vio Real Life. Heute mal alleine. Heute spiele ich alleine ohne den The Pac-Man, ohne den Marcel, weil ich etwas Bestimmtes machen will. Warte, ne, Sirene? Ne, ne. Okay. Und zwar habe ich heute ein paar Sachen vor. Und zwar will ich uns... Erstmal zeige ich euch mal kurz was. Gucke mal an. Mein Kontostand ist ganz schön. Ich werde mir keinen Buffalo kaufen als erstes. Ich werde mir als erstes einen Sultan kaufen. Aus dem Grund, weil der Sultan halt ein Allradauto ist und ich... Da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Ich werde umziehen. Der Pac-Man wird mir dann irgendwann wahrscheinlich heute noch folgen. Aber ich werde umziehen. Wohin weiß ich noch nicht genau, aber ich werde umziehen. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal... Ich müsste den Motor anlassen. Nicht wieder ausmachen, sondern lassen, wenn er an ist. Wo war ich? Ich habe es vergessen. Egal. Auf jeden Fall, wir werden uns heute einen Sultan gönnen. Den ein bisschen tunen. Und dann suchen wir uns mit dem dann ein Auto. Vorausgesetzt, ich komme da heile an. Ganz, wenn wir den ganz dezent, ein wenig tunen. Nicht allzu viel. Und den Wagen hier könnt ihr übrigens nicht kaufen. Weil den habe ich schon einem Kumpel versprochen. Dass ich ihm den schenke. Also schenken. Für einen Dollar. Dem Crazer. Weil er noch kein Vehikel hat. Dann kriegt er den hier. Und ja. Kann auch ein bisschen rumcruisen. Ist für den Anfang ganz okay. Ist kein Porsche. Ist kein Sultan. Aber es ist ein Autobot fair. Oh. Und was ich noch vergessen habe. Was euch bestimmt aufgefallen ist. Die Grafik ist besser geworden. Das könnt ihr selbst einstellen. Braucht ihr nicht mal ein Mod zu. Könnt ihr einfach unter P. Unter dem Bio-Tablet. Unter Einstellungen. Shader. Und einfach hier alles anmachen. Dann sieht es genauso aus wie bei mir. Genauso. Braucht ihr keine Grafik. Mods euch reinkloppen. Es ist ein. Vom Spiel. Vom Server her. Das finde ich auch richtig nice. Hier. Wenn man schneller fährt. Verwischt es halt. Oder wenn man hier so schnell. Die Kamera bewegt. Verwischt es. Und ja. Jobs zeigen werde ich euch. Heute nicht allzu groß. Vielleicht mal kurz. Aber nicht allzu groß. Weil heute. Ist jetzt eher. Auto. Das Thema. Ich werde den hier. Nicht verhökern. Ich werde den. Behalten. Nachher für meinen Kumpel. Dass ich ihm den geben kann. Wir werden uns. Den Sultan zulegen. Und wir werden unser Wohnmobil. Bisschen tunen. Ja. Bisschen andere Farbe. Bisschen andere Felgen. So was. Ähm. Den Sultan werden wir richtig. Hardcore tunen. Also. Von den Tuning. Teilen von Vio. Also zum Beispiel. So GPS. Kofferraum. Doppelreifen. Obwohl ich keinen Plan habe. Was Doppelreifen bringen. Sie kosten einfach mal. Zehn Mülle. Wenn ihr wisst. Was Doppelreifen bringen. Schreibt es mir doch. Bitte mal in die Kommentare. Ich würde es. Gern wissen. Wenn ich 10.000. Dafür ausgebe. Was das bringt. Weil. Der Sir Pac-Man. Hat sich. Hat übrigens. In den Sultan gekauft. Ähm. Der hat. Doppelreifen dran geklatscht. Und weiß bis heute noch nicht. Was das bringt. Bringt es irgendwas. Dein Fahrverhalten oder so. Ich. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. So. Ich hoffe. Ich kann. Mit EC-Karte bezahlen. Weil ich habe gerade 6 Dollar dabei. Das wird nicht reichen. Für einen Sultan. Da. Ist das Dollarzeichen. So. Ähm. Ne. Ich wollte Licht eingeben. Aber das kann man ja mit L. Break. So. Lieber Tampa. Du hast ausgedient. Ähm. Und hier. Übrigens. Könnt ihr euch die Importfahrzeuge kaufen. Hier hat es. Einen Uranus. Oder einen Uranus. So ein. Subaru. VZR. Verschnitt. Oder wie das Ding heißt. So eine alte Möhre. Sieht übrigens übelst geil aus. In Real Life. Dann ein Jester. Toyota Supra. Mit Frontantrieb. Ein L.G. Da wissen sie selbst nicht. Was es ist. Ein Flash. Einen Stratum. Ich hab mir überlegt. Ob ich mir einen Stratum. Anstatt den Sultan kaufen soll. Aber. Die. Zwölf Mülle. So geizig sind wir denn nicht. Einen Sultan. Einen Voodoo. Einen Slamvan. Den kann man auch richtig Galtiun. Hat auch richtig Dampf. Einen Blade. Einen Slamvaner. Einen Slamvaner. Halt hier so ein paar Lowrider. Die sind auch ziemlich nice. Ähm. Du hast nicht genug Geld für das Fahrzeug. Okay. In dem Fall müssen wir es dabei haben. Das ist. Semi gut. Ähm. Slash Brake. Dann hat das Auto doch noch nicht ganz ausgedeht. Ich. Ich hab. Ich wollte es eigentlich schon respawn. Aber. Ich wusste. dass irgendwas wahrscheinlich nicht klappen wird. Deshalb hab ich es jetzt immer noch gelassen. Ach ja. Ich werd die Drifts mit dem schönen Thumper vermissen. Na guck mal her. Guck mal her. Den kannst du aus jedem Minkel wieder fangen. Das Lustige ist. Ich hab jetzt. Ähm. Die Grafik ist ja jetzt eigentlich besser geworden. Ich hab aber mehr FPS. Ich hab jetzt 44. Ansonsten hab ich so. 25. 30. Nein. FPS Rate nicht. Nicht sinken. Ist gut. Ich. Ich hab. Ich sag nichts. Ich sag. Brav. Ähm. Ich guck. Ich eier hier jetzt ein bisschen durch die Gegend. Und gucke mal. Ob ich einen Bankomat finde. Oder nicht. Da hinten ist ein Tanke. Da muss doch. Ein Bankautomat sein. Komm schon. Gib mir. Da. 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 Spreak. So. Ja. Wir lassen die Türe jetzt offen. Weil wir. Stehen ja direkt. Kann ich hier. Ich will hier was essen, Mann. Ich will was essen. Dann halt nicht. So. Wir nehmen direkt 40.000 mit. Fürs Tuning. Auszahlen. 40 Mille. Und ja. So macht man sich. 37.000 Dollar. Ärmer. Aber ein Sultan ist schon ein ganz schniekes Auto. Werdet ihr gleich sehen. Er zieht ganz gut an. Hat Allrad. Lässt sich affengeil durch die Kurven treiben. Die die Sam spielen. Werden den Sultan schätzen. Er ist wirklich ein gutes Auto. Und dann suchen wir uns mit dem Kollegen dann. Eine neue Gegend. Wo wir dann hausen. Wo wir uns dann niederlassen können. Und ja. Das ist halt einfach der Vorteil mit dem Wohnwagen. Wir können uns wirklich einen coolen Ort suchen. Wo wir halt wohnen wollen. Wir können irgendwo wohnen. Mitten in der Pampa. Das ist nämlich auch mein Ziel. Ich will eigentlich ziemlich in der Pampa wohnen. Wo halt nicht allzu viele Leute durchkommen. Weil ich ein bisschen Ruhe will. So. Gib mir den Sultan. Viertürer Importwagen. 37.700 Dollar. Kaufen. Wieso? Wieso rot? Bitch please. Glückwunsch. Du hast das Fahrzeug gekauft. So. So. Slash Tau. W. 1. Bäm. Weg ist er. Dann gehen wir mal tunen würde ich sagen. Ist er abgeschlossen. Lock. 3. Aufgeschlossen. Lock. 3. Jetzt ist er abgeschlossen. Alles klärchen. Hier haben wir auch direkt eine Tuning Garage. Können wir den hier auch tunen? Eigentlich ja nicht. Eigentlich können wir den ja nur in SF tunen. Aber das ist hier ein spezielles Tuning System. Ich probiere es mal aus. Ich gucke mal. Ich glaube die Garage ist offen. Mal gucken. Mal gucken ob es geht. Tatsache. Es geht. Äh. 50.000 für Panzerung. Alter Schwede. 50.000 für Nebelwerfer. So. Wir packen uns so ein Alien. Ähm. Spoiler dran. Luck. Auf jeden Fall eine andere Farbe. Ich bin so blau. So Subaru Impreza mäßig. Geh mir blau. Geh mir kein so pink. Ding ins blau. Ich schalte mal kurz die Shaders aus. Äh. Kontrast. Ich mache das mal kurz aus. Aber damit ich die Farbe ein bisschen besser erkenne. Hm. Weil ich. Ich will genau das drauf haben. Das schaut gut aus. Das kaufen wir so. Und ähm. Hydraulik. Ne. Noch nicht. Ja wobei. Hydraulik kostet nur 75 Dollar. Machen wir uns mal rein. Ähm. Ich will einen. Bestimmt. Genau die Felgen will ich. Kaufen. Ich bin gerade am überlegen ob wir ein Barrikade dran machen. Exflow. Weil wir haben ja jetzt eigentlich den Alien äh Spoiler dran. Und ich finde die Alien Hackstoßstange richtig hässlich. Vorne. Vorne kommt. Ach so. Ach gucke mal. Gucke mal an. Ich. Ich. Ich gucke mal. Ich baller mir hier so ein Xflow Auspuff ran. Ich finde es richtig doof dass man das Auto nicht angucken kann. Ich will das Auto angucken. Mann. Ähm. Wir könnten uns ein GPS. Aber mir hat jemand gesagt das bringt nur dass ich das Auto orten kann. Nicht dass es. Ein Navi hat. Den Rest lassen wir mal. Ich will den Wagen eigentlich ziemlich unauffällig halten. Nicht so riesen Tuner. Karre. Aber. Ein bisschen tiefer dürft ihr schon. Hm. Mal gucken. Mal gucken. Ich. Ich lasse es einfach mal so. So. Schließen. Sieht nicht schlecht aus ne. Also. Geht schlimmer. Ich finde es. Ich finde es nice. Ich finde es richtig nice. Ist mal was anderes als so ein voll gezüchteter. S. Äh. Sultan. Ich bin halt übelst Subaru Impreza Fan. Deshalb. Dieses Auto. Das ist einfach so ein Subaru Impreza Verschnitt. Der richtig geil umgesetzt wurde. Ach. Das. Gucke mal. Das Auto fährt exakt 200 kmh. Vielleicht gibt es schnelle Autos. Aber. Nicht schlecht. Nicht schlecht Herr Specht. Ich fahre jetzt mal zum Camp. Parkt das Auto vorerst mal da. Falls wir das Auto killen. Ähm. Ich muss hier. Nein. Ich muss noch nicht. Noch nicht hier ab. Die nächste muss ich abfahren. Stimmt. Äh. Mal gucken. Welche Musik das wir anmachen können. Ist es nicht zu laut? Doch. Ist zu laut. Okay. Dann machen wir es aus. Falls ihr irgendwelche copyrightfreie Musik kennt. Es ist ein unzügbares Auto vorbeigedüst. Ähm. Habe ich einen Time Bug? Nein. Ähm. Falls ihr copyrightfreie Musik kennt. Die ich mir hier reinklöppeln könnte. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Oder schickt mir eine PN mit einem Link oder so. Damit wir halt hier ein bisschen Musik haben. Weil naja. Ist so ein bisschen. Aber das geht sogar. Haben wir einfach ein bisschen mehr. Ein paar Beats. Das ist. Das Technobass lassen wir jetzt mal. Das haben wir so ein paar. Ein paar. Bass Sounds im Hintergrund. Jetzt gehen die FPS wieder runter. Echt jetzt? Alter. Also was wir in das Auto auf jeden Fall reinknallen. Ist Benzinersparnis. Guck mal an. Ich habe das Benzin jetzt schon. Zum Fünftel. Leergefahren. Oh. Das ist Fail an dem Platz hier. Die Wellen kommen durch den Boden. Oh. Pokémon Musik. Pokémon. Äh. T slash park. Fahrzeuggeber geparkt. Sehr gut. Dann suchen wir uns jetzt einen. Neuen Rastplatz. Oder. Eine neue. Ahnung. Ja. Ein Rastplatz. Ähm. Und zwar werden wir hier in diesem Wald wohnen. Ich weiß noch nicht wo. Aber irgendwo hier. What the? Ich. Ich habe nicht. Das nicht so tief in Erinnerung. Also so steil. Wir werden hier unsere Freude haben mit dem Wohnmobilchen durchzukommen. Ich sehe es jetzt schon. Ach du Scheiße. Ähm. Aber hier an diesem Baggersee wäre halt richtig nice. Hier sind schon ein paar. Echt jetzt? Da ist nix. Alter. Da sind schon ein paar Leute. Das ist doof. Hm. Könnten da drüben wohnen. Ich guck mal. Ob wir hier so ein kleiner Platz ne? What? Nein, 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 nein. Hoch. Nicht runterschieben. Hoch. Da ist so. Na, das ist. Pff. Das ist eine Verschiebung um zwei Meter. Klar. Oh. Hier ist auch nicht allzu viel weiter weg, aber halt doch ein Stück näher an der Zivilisation. Ist da einer abgenippelt? Ist da einer abgenippelt? Oder? Ach nee, da geragt bloß der Felsen durch den Boden. Dachte schon, da liegt Geld. Wäre ich kurz rausgeschwommen. Weil wenn wir hier wohnen, können wir mit dem Sultan mal kurz den hier machen und dann in die Stadt fahren. Einfach wenn möglich den Bäumen ausweichen. Aber guck mal. Hier kommt man locker flockig hoch mit dem Sultan. Mit dem Tampa hat man hier seine Freude, weil entweder musst du mit einem Imba-Schwung hier rankommen oder du fährst hier den normalen Weg. Wie jeder normale zivilisierte Bürger auch. Aber wir sind nicht zivilisiert. Wir sind Gamer. Gamer sind nicht zivilisiert. Gamer sind asozial, arschlöcher und haben noch nie Freunde gehabt. Ähm. Ja. Uh. Oh. Das schaut auch noch ganz nice aus. Das. Ich weiß, wo das hier ist. Nein. Nicht. 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 Wir haben den Wagen. Erste Probefahrt und der Wagen ist direkt im Arsch. Da ist sogar eine Hütte. Gucke mal an. Gucke mal. Gucke mal. Sogar ein Unterstand. Ah. Okay. Unterstand für unsere Autos. Also das hier fände ich auch nicht schlecht, ne. Da haben wir hier unten einen See. Also. See. Übertrieben. Aber wir haben Wasser. Ich glaube, das mache ich so. Ich gebe euch die Wahl. Also. Ich habe jetzt mir noch was anderes ausgedacht. Ich werde jetzt vorerst mal hier wohnen. Slash Park. Ich werde den hier parken. Und gleich das Wohnmobil holen. Ich steige mal kurz aus, damit ich ihn respawnen kann. Weil dann ist das Auto wieder richtig schön. Toe. Drei. Lock drei. Lock drei. Nein. Nicht vier. So viele Autos haben wir nicht. Spreak. Oder. Ich gebe euch. Ich habe mir noch was anderes ausgedacht. Also entweder hier an der Hütte. An der Holzhütte im Wald. Muss mir irgendwie noch einen Weg suchen, wo wir am schnellsten herauskommen hier. Ähm. Oder. Auf dem Mount Chilliard. Da hat es nämlich auch eine geile Hütte. Da muss man auch eine Mission machen. Mit CJ. Vielleicht. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Vielleicht wisst ihr, welche Hütte ich meine. Für die, die es nicht kennen. Fahre ich einmal kurz da hin. Das wäre dann. Würde dann auch als Option da offen stehen. Hier gibt es übrigens Geländewagen. Für die, die Geländewagen kaufen wollen. Hier könnt ihr Geländewagen kaufen. Bei mir langt mein Rallyflitzer. Weil der hat auch Allrad. Mit dem kommt man hier, wie ihr gleich sehen werdet, super den Berg hoch. Soll ich die Abkürzung nehmen? Ich nehme die Abkürzung, weil der kommt man direkt da oben an. Ich hoffe, ich zerhau mir jetzt hier nicht die Karre. Ich weiß, mit einem Motorrad kommt man hier einiges geschmeidiger hoch. Aber jetzt muss halt der Sultan hinhalten. Da unten ist die normale Autobahn. Ja, wobei. Ich habe die Straße enger in Erinnerung.